Hey Klaus, mega geil, dass das geklappt hat und dass wir jetzt noch zusammengekommen sind. Und ja, wir haben ja gesagt gehabt, also wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, aber du warst bei den Masters World Championships in Ägypten und wir haben nicht so viel hier mitbekommen können über den Stream und über alles. Und deswegen haben wir gesagt gehabt, auch für unsere Mitglieder, weil die alle fragen so, wie war es denn? Und ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen, wie viel da ist er dann geworden und so. Das habe ich so oft gehört, dass wir gesagt haben, komm, wir setzen uns nochmal zusammen und du kannst ein bisschen deine eigenen Erlebnisse schildern und Eindrücke und auch, wie du das Ganze dann aufgefasst hast und wie es jetzt auch weitergeht, würde mich echt freuen. Ich würde auch direkt vom Beginn an anfangen, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass die dich da eingeladen haben? Also ganz vorne ging es quasi ja los. Ich meine, mit dem Verband weiß ja jeder, diesen Deutschen Bundesverband, wo du ja dann quasi auch beigetreten bist hier mit der Box. Darüber habe ich ja überhaupt auch davon erfahren, dass es den gibt. Und dann gab es ja da diese Landesmeisterschaften, wo jeder teilnehmen konnte oder die Landesmeisterschaft, muss man ja eigentlich sagen. Es war ja für alle gleich und wurde dann halt nach Bundesländern zunächst ausgewertet. Und dann ging es weiter in die Regionalmeisterschaft und die Deutsche Meisterschaft dann schließlich. Und bei den Landesmeisterschaften habe ich dann ja teilgenommen und ja, war ich eigentlich auch sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen. Allerdings gab es ja keine Altersklassenwertung. Das heißt, im Gesamtklassement war ich dann doch relativ schlecht, weil die jungen Leute halt einfach schneller, stärker und so weiter sind. Und habe mich dann auch leider nicht für die Regionalmeisterschaft qualifiziert, die allerdings von den Workouts her zugegeben auch sehr schwer für mich gewesen wäre. Also das waren schon brutale Dinge. Aber in meiner Altersklasse war ich ja dann ganz vorne mit dabei. Und dann, völlig unabhängig davon, gab es ja den Aufruf vom Verband für ehrenamtliche Tätigkeit. Und ich habe gedacht, ich melde mich einfach mal, vielleicht kann ich irgendwas machen, irgendwelche, ja was auch immer bei Social Media Posts, was schreiben, was Korrektur lesen oder sowas. Sowas, was man halt sozusagen virtuell offline machen kann. Und dann habe ich mit der Jule Nell vom Verband, ihre genaue Funktion weiß ich jetzt gerade gar nicht, Entschuldigung Jule, wenn du das siehst, telefoniert. Wir haben sogar relativ lange telefoniert. Und dann irgendwann kam halt auch zur Sprache, das mit den Altersklassen und so weiter. Und ich habe gesagt, mehr als die Hälfte aller Leute, die da teilgenommen haben bei der Landesmeisterschaft, sind ja schon sozusagen in den Altersklassen. Also selbst du bist ja quasi schon in der Altersklasse, weil es schon bei 30 plus losgeht. Und ich hätte es halt auch irgendwie nett gefunden, wenn man das so ein bisschen berücksichtigt. Und jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern insgesamt, weil es einfach mehr als die Hälfte der Leute sind in den Altersklassen. Mach doch einfach eine Altersklassenauswertung. Es muss ja keine Titel dafür geben, das muss ja nicht, aber fände ich eigentlich ganz nett. Und dann fing sie an zu erzählen von dieser Mastersworld, die geplant war. Ich hatte davon gar nichts gehört. Und ich so, wäre ja auch eine coole Sache. Und sie hat gesagt, ich sage dem Lazar Bescheid, dass du Interesse hast. So, äh, 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 äh. Ja, und dann, äh, im Endeffekt, äh, ja, wie ich dann später erfahren habe, hat sich auch noch ein anderer gemeldet. Der Angelo Di Milo, ähm, Altersklasse 45 plus. Hat sich auch gemeldet und hat gesagt, Lazar, lass uns doch, ne, lass uns doch da was machen. Wer Bock hat, da hinzufahren, fährt hin, mach doch irgendwie, ne. Und dann kam irgendwann das Mail, herzlichen Glückwunsch, du bist deutscher Meister. Das war quasi das Nächste, was ich davon gehört habe. Also, keine Vorwarnung, gar nichts. Keine Rückmeldung, gar nichts. Es kam dann vom Lazar halt auch. Dann hat er halt an jeden dann entsprechend geschrieben, Standard-Mail, logischerweise. Herzlichen Glückwunsch, du bist deutscher Meister. Und das sah dann halt erstmal aus wie so ein Spam, ne. Ja, 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 klar, ja, deutscher Meister. Das ist wie diese E-Mail, wie ich habe ein Konto gefunden und darauf sind 50 Millionen. Und ich würde dir drei abgeben, ja. Oder halt in meiner Altersklasse der Treppenlift, ne. Du hast einen Treppenlift gewonnen oder so. Ja, kein Treppenlift, bin ich halt deutscher Meister. Schön. Ja, okay, schien irgendwie ernsthaft zu sein, kommt vom Verband. Der Lazar hat quasi unterschrieben oder keine Ahnung. War ein Siegel drauf, ne. Genau, war so ein Siegel drauf. Und ich so, ja, geil, klingt ja gut, ne. War jetzt natürlich gemessen an dem Gesamtfeld jetzt auch keine Riesenerrungenschaft. Aber immerhin, man muss ja auch erstmal erster werden in seiner Altersklasse. Hab mich natürlich gefreut. Okay, super. Und dann irgendwie einen Tag später, fünf Minuten später, ich weiß es nicht mehr, kam dann das Mail, du bist nominiert für den Nationalkader. Hast du Lust auf, äh, hier. Also jetzt kann ich, jetzt kann ich ja keinen Rückzieher mehr machen. Also jetzt, ja, jetzt hab ich gegackert, jetzt muss ich auch legen. Ich so, Allahopp. Mach ja halt mit. Dann war noch, ähm, ja, dann hab ich mir halt überlegt, wie mach ich's dann mit, ähm, ja, Corona-Regelungen, Quarantäne und so weiter. Ich hab gesagt, das ist mir jetzt alles zu riskant. Ich hab mich bis dahin nicht impfen lassen. Hab mich dann halt quasi dafür impfen lassen und hab's dann gerade noch so geschafft, dass ich quasi am Tag des Abflugs wirklich genau auf den Tag, ähm, offiziell vollständig geimpft war. Zählte in Ägypten. Genauso, die Regelungen sind ein bisschen anders, aber ähnlich wie bei uns. Und dann gab's auch überhaupt kein Problem. Ja. Also, diesbezüglich. Cool. Sau geil. Und wie lange ist das her? Waren jetzt drei Wochen? Also, dass die Mails kamen, meinst du jetzt? Nee, ähm, die, ähm. Ach so, die, die, die Falsche selbst, das war 10.11., also die, die Wettbewerbstage waren 10.11. Dezember. 10.11. Dezember, genau, okay. Also, zwei Wochen ungefähr. Ja, und genau, dann seid ihr dahin geflogen, saugeil. Und, ähm, wer war, wer war alles im Team mit dabei? Das war ja, das war ja schon eine, eine, eine Gruppe, ne? Das war insgesamt, also erstaunlicherweise haben fast alle zugesagt. Also, wir hatten viele Altersklassen besetzt. Die meisten, ich glaube, wir waren dann eigentlich zwölf Athleten, die zugesagt haben. Und kurzfristig hat der Frank, äh, Just oder so heißt er, glaube ich, 55 plus, hat, äh, kurzfristig absagen müssen, weil sein Knie den Pisteltest nicht bestanden hat, hat er geschrieben, dann in die WhatsApp-Gruppe. Dann waren wir, glaube ich, elf Athleten. Okay, elf Athleten war dann, was, was ich interessant fand, ist, dass ab 30 losging, ne? Genau. 30 bis, äh, 34 ist die erste Kategorie gewesen. Genau, da hatten wir sogar zwei, den, den Matthias und den Pitt, also den Matthias, äh, Kupio-Weid, heißt der, glaube ich, und den Pitt-Ressler. Ja. Hatten wir sogar zwei in dieser Kategorie. Genau, die waren ja bei mir in der deutschen Meisterschaft dabei. Haben sich sehr gut platziert, zurecht mit, 30 bis 34. Dann, genau, war 35 bis 39. Genau, das war der Christian Weber jetzt bei den Männern und bei den Frauen. Oh Gott, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ich darf jetzt bei den Frauen nicht das Alter falsch sagen. Wenn das dir ein Spitzel waren, ne? Mist, ich muss kurz sagen, ich glaube, die Sandra ist in der Altersklasse. Hoffentlich gucken die nicht zu, die Mädels. Ich kann aber sehr nachgucken hier. Ähm, äh, Ägypt. Äh, jetzt nicht mehr. Moment. So, also gucken wir nochmal nach. Also 30 bis 34, wen hatten wir da dabei? Da hatten wir niemanden dabei, ne? Bei den Frauen war da, glaube ich, niemand dabei, genau. Bei den Männern war der Matthias und der Pitt. Ähm, bei den Frauen 35 bis 39. Da ist nämlich die Sandra, glaube ich, dabei. Genau, Sandra Stein war dabei. Genau. Was war dann das? Sympathische Nachnamen auf jeden Fall. Boah, auf jeden Fall, ja. Auch eine sympathische Frau. Dann bei den Männern war der Christian Weber. Genau. Da kommen wir gleich auch mit Sicherheit drauf zu sprechen, auf die Ergebnisse und alles. Ähm, dann hatten wir die Frauen 40 bis 44. Der Björn. Das war Björn Birken. Mhm. Dann hatten wir bei den Frauen, äh, jetzt geht's überhaupt 45 bis 49. Da hatten wir zwei. Die Anna und die Britta. Und die Britta Fritsch. Ja. Bei den Männern war 45. Der Angelo, Angelo die Mädel. Ah ja, das war der Angelo, der sich auch da gemeldet hatte quasi und gesagt hat, das ist richtig cool, ja. Okay, und jetzt kommen wir zu den 50ern Frauen. Da war ich der Einzige bei den 50ern. Ah ja. Also da gab's auch keine Frau. Ja, auch recht wenig Frauen, ne? Ja, das wurde bei den Frauen nach oben hin in den Altersklassen sehr wenig. Also bei den Männern auch, aber bei den Frauen ging's noch ein bisschen, wurde's ein bisschen früher weniger, ja. Ja, klar, du. Und dann waren noch 55 bis 59. Die Nicolette. Nicolette Brunke. Und bei den Männern. Wer ist der Frank gewesen? Wer ist der Frank gewesen, genau. Und der hat, der hat aber vorher abgesagt gehabt. Und dann haben wir noch eine letzte Altersklasse, glaube ich, das ist über 60, ne? 60 bis 64. Da war aber auch bei den Frauen nur vier Stück dabei. Ja. Und bei den Männern waren nur fünf Stück dabei, beziehungsweise sechs, aber der eine ist raus, dann nach zwei Workouts, ja. Hat dann keinen Bock mehr gehabt oder so, keine Ahnung. Die waren nicht gewichtigt zu schwer. Kommen wir gleich dazu. Okay, cool, saugeil. Und dann war der Wettkampf, war zwei Tage lang. Ja. Und Workout-technisch waren jetzt, hattet ihr vorher schon gewusst, ne? Wir wussten allerdings erst am 30. November, haben wir es erfahren. Also genau eine Woche vorher wussten wir erst, was die Workouts sind. Also im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Stockholm, wo sie es wesentlich früher gewusst haben. Das heißt speziell darauf trainieren, sagen wir mal Kraft oder so irgendwas trainieren. Technik, ja, konnte man noch Bewegungsabläufe, aber es war halt einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, ja. Also quasi mehr einfach nur so, okay, ich teste irgendwas an, was ich vielleicht einfach mal ausprobieren will und dann habe ich zumindest mal ein Gefühl dafür. Aber ja, selbst dann ist es ja oftmals, bei dem einen Test hieß es ja dann auch, glaube ich, so ungefähr sechs Kilometer laufen oder sowas. Ja, das steht dann halt und da weißt du nicht, okay, sind das jetzt ein Kilometer Abschnitte? Sind das irgendwie, ist das ein Shuttle-Ding? Ist das im Kreis laufen? Sind das 400er? Ist das auf Stein? Ist das auf Gras? Ist das in der Wüste? Weiß man ja nicht. Die Details sind da oft unklar. Okay, wenn wir dann mal mit dem Freitag anfangen. Du warst dann aber schon Mittwoch da, gell, glaube ich? Ich bin Dienstag geflogen, mittwochs, wenn ich jetzt die Tage nicht verwechsel, am 7., wenn das der Dienstag ist, glaube ich, bin ich geflogen. Am 8. sind wir dann zu den Pyramiden gefahren, haben wir so noch so, den Tag habe ich extra vorher eingeplant, um da noch hinzufahren und dann am 9. war Briefing und morgens haben wir noch so ein bisschen trainiert. Da war so eine Box, die uns quasi zur Verfügung gestellt wurde, wo irgendein, der Güte gesagt hat, ich weiß nicht genau, wie das gelaufen ist, ihr könnt da bei uns trainieren. Wir haben da so anderthalb Stunden dann dort trainiert gemeinsam, also so auch wieder Bewegungsabläufe hauptsächlich durchgehen, das war ganz cool. Und dann war es Briefing und die nächsten beiden Tage war dann der Wettbewerb. Okay, cool. Warst du nervös vor dem ersten Tag? Ja, also tatsächlich so, ich sage mal den Abend vorher und die Nacht, ich habe auch nicht so ganz ruhig geschlafen, war ich relativ nervös, wie es dann ins Workout ging. Der Vorteil war, jetzt für mich, sage ich mal, das erste war mixt und das fing mit 30 Burpees an. Da weiß ich erst mal, was ich zu tun habe. Das ist nicht so schwierig. Das ist Heimspiel. Also wenn es jetzt mit Double anders losgegangen wäre oder so, dann wäre es wirklich, dann wäre, glaube ich, die Lerposität so richtig schlimm gewesen. Aber so Barfacing, Burpees, da mache ich halt mal. Danach halt Hang Snatches, ja, auch nichts so schwieriges, weiß ich ungefähr, wie ich die anzugehen habe. Das habe ich natürlich dann vorher auch getestet mit EMOMs und so, wie weit komme ich. Habe ich so ein bisschen ausprobiert. Das ist auch cool. Also wenn wir jetzt gleich auf die einzelnen Tests eingehen, denke ich vorneweg noch interessant für die Hörer. Dass der, gerade dieses International Functional Fitness Konzept quasi ja so ist, dass sich, also man muss, viele denken, sagen ja oft Crossfit, 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 aber ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass Crossfit eine Marke ist, die quasi Wettkampfsport auch irgendwo in Richtung Fitness vorangetrieben hat, auch über die letzten Jahre, seit 2009, glaube ich, 8, 9, glaube ich, so in die Richtung. Angefangen auf der Ranch und dann wurde es immer größer und größer. Allerdings halt eben, ja, die Marke heißt genauso wie die Sportart. Also sie haben es zwar eher Crossfit Games genannt, aber es heißt halt trotzdem Crossfit und viele bezeichnen durch die Bewegung der Boxen und durch die Affiliates natürlich den Sport, den sie betreiben als Crossfit. Genau. Ist natürlich, ja, über die letzten Jahre hat sich da schon irgendwo eine gewisse Sportart etabliert, allerdings mit wenig Rahmen drumherum, also wenig Transparenz, wenig Regeln, ja. Man weiß zwar, also das System, wie man sich für die Crossfit Games qualifiziert hat, zum Beispiel in der Saison, hat sich immer wieder verändert und war super untransparent, dass man nicht genau wusste, okay, hey, wie ist es nächstes Jahr und auf was trainiere ich denn genau und wie sind die Standards und welche Workouts kommen dran, welche Movements kommen dran, das war immer so ein bisschen Überraschung und die Gewalt lag so quasi oder liegt bei Crossfit und bei dem einen, der dann die Workouts gestaltet, der Dave Castro und dann ist es halt so, wenn dann was drankommt, was du nicht kannst oder was dann irgendwie gegen deine, gegen dich spricht und du bist dann halt irgendwie raus oder so, dann ist es natürlich für manche, die ihr Lebensunterhalt damit verdienen, immer so ein bisschen kompliziert, die sagen dann halt, hey, ich meine, ich verstehe dieses Konzept von unknown und unknowable so und constantly varied, aber ich brauche trotzdem, das ist mein Beruf und ich muss trotzdem eine gewisse Transparenz in vielen Bereichen haben und das hat sich dann auch, ist das super eskaliert jetzt mit dem ganzen Greg Glassman Ding und dass die Athleten auch gesagt haben, hey, unter dem neuen Leadership wollen wir einfach auch ein bisschen mehr Transparenz haben und einfach ein bisschen mehr wissen, was denn eigentlich, wie wir die Saison planen können und alles und was jetzt der, die International Function and Fitness Championships gemacht haben oder machen wollen auch in Zukunft, ist einfach da eine Sportart etablieren, bestehend aus Bundesverbänden, ja, die dann quasi dem Olympischen, den Sportbünden beitreten und dadurch natürlich eine fixe Sportart etablieren, die weg sind von einer Marke und weg von monetären und markenrechtlichen Interessen, weil da muss man natürlich immer sagen, Crossfit guckt natürlich, dass sie damit Geld verdienen irgendwie und eine Sportart per se hat ja nicht so an sich den Gedanken Geld zu verdienen, sondern eine Sportart zu etablieren und jetzt hier wird halt versucht, okay, wir versuchen eine Sportart aufzubauen, die von Transparenz lebt und was hier Teil des Ganzen ist, ist, wir haben immer fixe Elemente, die mit reinkommen innerhalb dieser Tests, also das war jetzt auf Bundesebene bei uns so, über die Landesmeisterschaft, über die Regionalmeisterschaft, über die deutsche Meisterschaft und du weißt grob in Anführungszeichen, es gibt einen Mix-Test, es gibt einen Endurance-Test, einen Ausdauertest, es gibt einen Kraft-Test und es gibt Bodyweight und Skill und genauso hat sich das ja jetzt auch fortgezogen und bei den Masters World Championships waren das auch wieder die Kategorien, die dann abgefragt wurden und das war dann, der erste Test war dann Mixed. Für mich, ja, für mich war der erste Test Mixed, sie haben es teilweise, sie haben die Reihenfolge anders vorgestellt, sie haben gesagt, es gibt erst Endurance und dann Mixed, das hat für viele auch gestimmt, für andere wieder nicht, sagen wir mal aus logistischen Gründen, es sind ja sehr viele verschiedene Gruppen, also keine Ahnung, 8, 10, 12, verschiedene und dann noch verschiedene Heats, das ging, glaube ich, einfach nicht zusammen. Und Mixed, was heißt das dann genauso, also wenn du es kurz mal erklären kannst, was wird da getestet bei Mixed? Ja, also Mixed wäre halt so ein klassisches Crossfit-Workout, sage ich mal, wo eben verschiedene Bewegungen durcheinander gemischt werden, in dem Fall waren es jetzt vier verschiedene, das war eben der Bar-Facing Burpee, der Hang Snatch, Wall Ball und Hang Clean. Also quasi du hast Eigenkörpergewicht, das du bewegen musst, du hast ein leichtes Gewicht, das du bewegen musst und du hast ein Barbell-Movement, das für dich dann schon, wenn es so leicht war, in Anführungszeichen, ja, muss man sagen, ja. Und das war dann der Mixed Test und ich kann es dir mal kurz vorlesen, was es war genau, da haben wir, hier haben wir auch das Video mit dabei. Also, 4Time, die Time Cap war 15 Minuten. 30, 20, 10, Bar-Facing Burpees und Hang Snatch mit, in eurer Altersklasse war das 40 Kilo für die Herren und 25 für die Damen. Ist das die normale Staffelung? 40, 25? Ja, eigentlich, ja, okay, egal. Normalerweise ist es auch 40, 30, oder? Eigentlich. Also, wenn ich es programt würde, würde ich 40, 30 machen. Also, wäre für dich. Nein, egal, ich weiß drauf. 30, 20, 10, Bar-Facing Burpees, Hang Snatch, also 30 Bar-Facing Burpees, damit hat es angefangen, hast du gesagt, ne. Dann 30 Hang Snatch, 20 Bar-Facing Burpees, 20 Hang Snatch, 10 Bar-Facing Burpees, 10 Hang Snatch und dann ging es direkt weiter in 10, 20, 30, also umgekehrte Reihenfolge, Wallballs und Hang Cleans mit dem gleichen Gewicht. Wie war das Workout für dich? Ja, also, wie man an den Gewichten hier sieht, ich nehme an, da stehen die Gewichte auch für die Altersklasse, ich kann das jetzt nicht erkennen. Ja, 40 Kilo. Ja, also, jetzt auch für über die Altersklassen verteilt, ich sage mal, was ich so als generell, als generelles Feedback für diese Workouts, es war halt für die höheren Altersklassen waren die Gewichte verhältnismäßig schwer im Vergleich zu den jungen Leuten. Also, ich glaube, konkret bei dem war es, glaube ich, so, dass alle Jüngeren 45 Kilo gemacht haben, Männer, und alle Älteren 40. Das heißt, die Staffelung war fast nicht vorhanden. Entsprechend haben wir Älteren uns doch im Schnitt relativ schwer getan, da weit zu kommen. Ich glaube, in den höheren Altersklassen sind sie auch alle in die Timecap reingelaufen. Ich auf jeden Fall. Und bei den Jüngeren war es halt nicht so. Das heißt, die haben wirklich dieses Mixed auch als Mixed gehabt. Und bei mir, und ich denke bei vielen anderen auch, war es halt sehr stark dominiert von diesen Hang Snatches. Die Burpees gehen rum, die machst du einfach. Und die Hang Snatches, 60 Stück mit 40 Kilo. Natürlich, in meiner Altersklasse waren die meisten anderen Männer stärker, keine Frage. Aber bei mir ist das so nah dran, ich sage jetzt mal an einem One IM, dass halt diese hohe Wiederholungszahl einfach extrem schwer war. Ja, muss man sagen, was ist dein One IM Snatch? Also One IM Snatch, wissen ja viele hier, ist 60 Kilo. Aber ein hart erkämpftes 60 Kilo, wenn man es mal realistisch betrachtet und mit anderen Sachen vergleicht, kann man mal sagen, 55 wäre eigentlich der realistische One IM für mich. Ja, dann sind 40 Kilo schon ein Haufen Holz. Ja. Also muss man ja schon sagen. Also ich meine, als 30-Jähriger, ich meine, der Matthias und der Pit, die snatchen bestimmt über 100 Kilo, muss man schon sehen. Also das sind unter 50 Prozent. Und bei dir geht es ja schon eher dann in Richtung 70 Prozent. Genau. Muss man schon sagen. Also es ist schon ein Riesenunterschied. Und das verändert dann natürlich auch den Test irgendwo, wie du auch selber schon gesagt hast. Es ist dann halt nicht mehr so wirklich so ein wichtiger Mix-Test, sondern fast schon ja irgendwo ein Kraft-Test auch irgendwo. Für mich, sagen wir mal. Ja. Und für die, ich sage mal, für die 60 plus. Also für mich, meine Altersgenossen, das waren teilweise auch schon, die waren schon auch stärker klar. Und für die war es nicht ganz so schlimm. Es ist, glaube ich auch, ich bin mir nicht ganz sicher, sind, glaube ich, auch welche fertig geworden. Aber jetzt auch nicht viele. Von den 60-Jährigen ist, glaube ich, keiner mehr fertig geworden. Und es war sogar einmal so, so als kleine Randanekdote. Ich habe mir einmal die Stange beim Snatchen auf den Kopf gehauen, sozusagen. Also ich habe es dann nicht mehr richtig hochgekriegt. Dann ist es auf den Kopf gelandet. Dann habe ich es aber noch hochgedrückt. Der Albtraum von Vanessa. Ja, genau. Der Albtraum von Vanessa ist mir dann tatsächlich passiert. War nicht schlimm. Hat auch nicht wehgetan. Ich habe einfach nur mit der Stange den Kopf gerührt. Und ich dachte, oh Gott, jetzt wird es aber langsam wirklich eng. Und mir war klar, ich werde mindestens zehn Minuten für diesen ersten Teil brauchen. Ich denke, es war Richtung elf. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Es hat mich nicht sehr interessiert. Ich wollte noch in die Wallballs reinkommen. Ich wollte noch in die Cleans reinkommen. Aber natürlich war ich dann auch konditionell irgendwann am Ende. Ich habe insgesamt noch 25 Wallballs geschafft und die zehn Cleans dann noch dazwischen. Nach dem Schema halt. War ich zufrieden damit. Also ich war mit dem Endergebnis zufrieden. Aber meine Platzierung war dann natürlich jetzt auch nicht besonders gut. War ich da vorletzter sogar? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es war nicht besonders gut. Ja, ich glaube, du hast mit dem 14. Platz angefangen. Und es waren 15 Leute dabei. Ich kann noch mal kurz reinschauen. Das würde auf jeden Fall nichts Falsches sagen. 14. Platz, genau. Cap 155. Also es waren, bei dir waren insgesamt 15 Leute dabei, beziehungsweise eigentlich 16 angemeldet. Aber der 16. hat halt vorher abgesagt wahrscheinlich, weil hier Withdrawn steht. Ja. Genau. Also 15 Aktive, die auch bis zum Schluss durchgezogen haben. Genau. Und dann bist du 14. Platz geworden im Test. Okay. Wie, ähm, war das für dich, ähm, so wie du es dir vorgestellt hast? Also wie es läuft? Oder war das dann, hatte ich was eher so, ja, überrascht? Oder hättest du gesagt, okay, ich hab mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft? Oder war das eher so, nee, alles klar, ich denk, das ist fair so, ja. Also ich hatte die, ähm, die Snatches hab ich so trainiert, dass ich sie in Sechser-Sätzen versucht habe als IMO. Das hab ich mehrfach gemacht. Also ich hab zum Beispiel 11 Minuten IMO, immer sechs Stück, 66, einfach um das Volumen und ein bisschen mehr dann mal drin zu haben in 11 Minuten. Dann wusste ich, okay, ich schaffe in 11 Minuten irgendwie 66 Snatches, das kriege ich hin. Aber die Sechser-Sätze sind natürlich, ich kann ja kein IMO draus machen, ich muss ja ein bisschen schneller cyclen, sozusagen. Sechser waren dann zu anstrengend, dass ich auf Dreier runter bin. Und das war mein Plan. Das habe ich vorher auch ein bisschen getestet und ich bin bei diesem Plan auch geblieben, bis mir dann der dritte Mal, wie gesagt, auf den Kopf gelandet ist. Aber ich bin trotzdem bei Dreiern geblieben. Ich meine, wenn ich jetzt das Ding noch öfter aufheben muss und in Singles reingehe, weil es ist ja Hangsnatch, ne? Ja, du kannst immer einmal aufstehen, ja. Du kannst halt nicht gescheit Singles machen und deswegen bin ich bei Dreiern geblieben. Die Pausen wurden dann etwas länger, aber es hat ja funktioniert. Ich war ja dann auch insgesamt in 11 Minuten mit den Burpees fertig, sag ich mal. Hat ja gepasst. Deswegen war es jetzt keine große Überraschung, ähm, dass die anderen alle schnell oder fast alle schneller sind, hat mich schon ein bisschen überrascht. Hätte schon gedacht, dass der ein oder andere noch mehr Probleme hätte. Ich glaube, aus den 30 Burpees bin ich als Erster raus in meinem Heat. Also, da war keiner schneller und dann nach 30 Snatches waren sie, glaube ich, alle vor mir. Was uns dann direkt zum nächsten Workout bringt, weil, ähm, das zeigt ja schon, wenn die Leute dann besser durch die Snatches durchgekommen sind, dass sie wahrscheinlich, also, das ist nur eine Annahme, aber das habe ich mir so gedacht, okay, die sind wahrscheinlich ein bisschen stärker als du, ne? Aber was ja dann wieder für den nächsten Test eigentlich wieder, ähm, ganz gut wäre für dich, weil du bist ja dann eher der ausdauernde Typ, ne? Und so, so war es ja dann auch, ne? Dann haben wir einen Endurance-Test gehabt und der war dann, äh, wie viel Zeit war da zwischen, zwischen Mixt und Endurance? Drei Stunden, sage ich mal ungefähr. Drei Stunden. Also, drei Stunden später habt ihr dann quasi, seid ihr in so, äh, eine Schwimmhalle gegangen und da habt ihr erst mal 300 Meter geschwommen, Kraul, Brust? Egal. Egal. Okay. Und danach raus aus dem Schwimmbad an die frische Luft, ne? So wie ich das verstanden habe. Und dann, hier steht approximately, ähm, sechs Kilometer Run. Ja. Und, ähm, ja, ich weiß es ja schon, aber wie war das, wie war das, wie ist das Workout ausgegangen? Also, zunächst mal zum, zum Schwimmen vielleicht mal kurz, das war in einem olympischen Becken, also das war tatsächlich in der Schwimmhalle, olympisches Becken, also 50 Meter, das heißt sechs Bahnen, was ganz gut war, allein wegen dem Zählen, weil eine 25 Meter Bahn, da, man kommt schon schnell ins Verzählen. Die Ulle hätte sich in ein Whiteboard hingestellt und hätte noch Striche gemacht. Genau. Und, weil, weil du gefragt hast, Kraul und Brustschwimmen, ich hatte tatsächlich vorher dann auch trainiert, Kraul ist natürlich ein bisschen schneller, ich kann auch kraulen, aber ich kann es nicht ganz lange durchhalten und ich habe das vorher trainiert und dann kamen halt irgendwann strengere Corona-Regeln, dann konnte ich nicht mehr schwimmen gehen. Dann habe ich mich mit anderen unterhalten und viele haben gesagt, du mach doch einfach von Anfang an Brustschwimmen. Beim Schwimmen gewinnst du das Ding sowieso nicht, vielleicht verlierst du es beim Schwimmen. Also, war ja auch so, mit Brustschwimmen wusste ich, ziemlich genau sechs Minuten werde ich brauchen zum Schwimmen. Ich habe die Zeit nicht gesehen, da lief auch keine sichtbare Uhr in der Schwimmhalle, also das habe ich auch nicht gewusst. Aber ich denke, es werden ziemlich genau sechs Minuten gewesen sein. Und erstaunlicherweise lief das Brustschwimmen so gut im Verhältnis zu den anderen, dass ich, es sind fast alle Brust geschwommen, bis auf einen Norweger, der ist gekrault. Der Norweger war im Endeffekt ungefähr 20 Meter vor mir, nach 300 Metern. Alle anderen waren hinter mir und auch von außen, die es beobachtet haben, haben gesagt, oh, dein Brustschwimmen ist ja richtig super. Wusste ich jetzt gar nicht. Ich meine, ich kann schwimmen, aber jetzt auch nicht besonders gut. Aber in diesem Heat war ich halt einfach super weit vorne mit dabei. Es lief gut. Du bist als Zweiter rausgekommen. Ich bin als Zweiter aus dem Wasser gekommen, dann halt schnell umziehen. Da hatte ich mir natürlich einen Plan zurechtgelegt, mit allen Tricks gearbeitet. Ich habe sogar meine Socken vorher eingeölt. Was? Ja, um das Wasser auch sozusagen zu verdrängen und damit man sich, wenn man nasse Füße hat, kann man sich ja irgendwie die Füße wund laufen. Und deswegen habe ich das erstens, also ich habe die geölt mit so Babyöl wirklich, damit sie erstens leicht rüber rutschen über die nassen Füße und zweitens ich dann halt durch das Öl auch nicht diese Reibung habe. Und das war auch richtig gut. Also das ging richtig super. Mind-blowing, ey. Sind das so Triathlon-Tricks oder Tricks? Nee, habe ich mir irgendwie selber ausgedacht. Keine Ahnung. Direkt Patent drauf machen. Eingeölte Socken. So Einwegsocken, so eingeölte. Direkt patentieren. Nee, das war wirklich gut, weil ich hatte Angst, ich kriege dann die Socken nicht drüber. Weißt du, dann bist du ja auch ein bisschen in Hektik und dann die Schuhe zubinden und alles. Das lief aber alles super. Man musste dann noch ein trockenes Kleidungsstück dabei haben, wo man vorher die Startnummer nochmal draufgeklebt hat. Man hatte zwar so ein Chip am Fußgelenk, aber zusätzlich sollte man nochmal eine Startnummer draufkleben, damit die auch nochmal kontrollieren können auf der Strecke. Und ich habe mich dann gegen das T-Shirt entschieden, auch wegen dem drüberziehen. Ich wollte nicht noch ein T-Shirt einölen. Und habe dann so eine Boxer-Short-Badehose, sagen wir mal, nochmal drübergezogen über die bestehende Badehose und bin dann nur quasi mit zwei Badehosen gelaufen und Schuhen. Sonst hatte ich nichts weiter an. Ja, dann bin ich... Also normal eigentlich. Ja, wie immer. Wie man mich kennt. Aber leider gab es ja keinen Livestream. Ich habe ja gehofft, dass ihr was sehen könnt. Aber da, ja, beim Schwimmen und Laufen, da gibt es auch nicht viel zu sehen. Es hat auch keinen Spaß gemacht, da irgendwo zuzugucken. Ja, also einen Heat hatten sie, als ihr, glaube ich, beim Mixed wart. Da hatten sie dann den Heat von den Frauen im Wasser gefilmt. Also mit einem pixelligen Handy. Das war dann so semi-geil zuzuschauen, wie ich ehrlich bin. Also hast ja auch nicht kapiert, wer wo ist. Und du siehst ja im Wasser ja auch gar nicht, wer wer ist. Ja. Meinst du jetzt vom offiziellen Stream oder von unserem deutschen Stream? Vom offiziellen Stream, ja. Da hatten sie am Anfang so ein bisschen was gemacht. Aber es war... Du hast überhaupt nicht durchgeblickt, wer, was, wie, warum. Auch kein... Niemand hat was gesagt. Kein Kommentator. Du hast nur schätzen können vom Alter her so. Und das ist voll interessant. Was für eine Altersklasse ist das jetzt? Und ja, ich glaube, die Altersklasse vor dir hatten sie. Also diese, die sind von hinten nach vorne. Also diese 55, 59. Da waren sie bei den Männern beim Mixed. Und dann sind sie rübergegangen zu den Frauen. Und dann bist du zeitgleich mit den Frauen im Mixed gewesen. Deswegen hat man das nicht gesehen. Ja. Und was ja dann besser war, dass... Und auch vielen Dank dafür nochmal an... Wie hieß der Herr nochmal? Der Dennis? Der Dennis, ja. Ja. Dass er dann den Bundesverband Instagram-Kanal übernommen hat. vom Deutschen Verband. Und dann einen Stream jedes Mal gemacht hat. Das war sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Vielen Dank dafür nochmal. Und genau. Und dann bist du aus dem Wasser raus. Und dann hast du natürlich deine ganze Running Power benutzt. Ja, ich habe es... Also ich habe mir schon vorgenommen, ich bleibe bei meinem Plan. Ich habe mir ungefähr eine Geschwindigkeit vorgenommen, die ich laufen will. Die bin ich auch ungefähr gelaufen. Also ich laufe ja nicht mit Uhr. Ich mache das noch... Weiter geht's. Ja, also laufen weiß ich ja. Mache ich ja auch häufiger. Habe ich auch in der Vorbereitung, weil ich ja nicht wusste, was kommt, bin ich relativ viel gelaufen. Einfach nur so, um die Kondition ein bisschen am Start zu halten. Und ja, dann habe ich gedacht, ich fange mal mit meiner Geschwindigkeit an und gucke mal, was passiert. Und da ich der Zweite aus dem Wasser war, konnte ich mich jetzt auch nicht großartig an irgendjemanden orientieren. War auch ganz gut so. Ich habe halt den Norweger vor mir gesehen, der halt vor mir aus dem Wasser gestiegen ist. Der war auch ungefähr so viel, wie er früher aus dem Wasser gestiegen ist. War er früher auf der Laufstrecke. Ich denke, zum Umziehen haben wir etwa gleich lange gebraucht. Und dann habe ich schon gesehen, der läuft nicht so schnell wie ich. Und ich bleibe einfach mal bei meinem Tempo, bleibe bei meinem Plan, bis mich einer überholt. Und dann kann ich immer noch mal Gas geben. Dann hat mich aber keiner überholt. Und ich habe noch ziemlich genau anderthalb Kilometern... Also da waren auf der Strecke waren Entfernungsangaben, wie weit es noch ist, wie weit man schon gelaufen ist. Das war eigentlich ganz gut gemacht an der Stelle. Das war, glaube ich, auch standardmäßig da drin. Das war eine offizielle Laufstrecke auf diesem Gelände. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade fragen, wie du einschätzen konntest, wo du gerade bist. Oder Uhr... Hast du eine Uhr gehabt? Nee, das ist keine Uhr gehabt. Wie hast du dann gewusst, was für ein Tempo du gelaufen hast? Gefühl und Erfahrung. Ich laufe halt schon lang. Ja, ich bin ein alter Sack. Ich bin halt schon viel gelaufen in meinem Leben. Okay, nice. Also Respekt, auf jeden Fall das nach Gefühl zu machen. Vor allem bei einer anderen Umgebung. Und wie warm war es eigentlich dort? Es waren dann so gut 20 Grad. Es war dann um die... Am frühen Nachmittag, es war die wärmste Zeit dann. Also so, ich schätze mal 22 Grad. Ja, Sonne. Aber geht noch. Also wenn man in Ägypten denkt, denkt man manchmal so, okay, 30 plus. Aber dadurch, dass es halt jetzt hier im Winter war, in Anführungszeichen, besser. Ja. Es ist quasi tiefster Winter gerade dort. Also der eine Guide hat dann auch gesagt, dass es dann im Januar wohl schon wieder wärmer wird oder so. So habe ich es jedenfalls verstanden. Also von daher war es schon das kühlste, was man dort kriegen kann. Aber klar, 22 Grad nachmittags, wenn man hier aus dem deutschen Winter kommt, das war schon warm. Aber freier Oberkörper, nass noch gewesen beim Loslaufen. Ja, absolut okay. Ist nicht schlimm. So cool. Ja. Und dann, genau. Du hast aber mehrere Altersklassen auf der Strecke gehabt, hast du gesagt, gell? Mehrere Heats und Altersklassen. Also erstens, der erste Heat, ich war im zweiten Heat meiner Altersklasse. Der erste Heat war schon unterwegs. Dann kamen später natürlich auch Heats von jüngeren Männern. Also es waren mehrere immer gleichzeitig auf der Laufstrecke. Dadurch, dass es zwei Runden waren, hat man natürlich auch andere Leute gesehen, die nicht zum eigenen Heat gehören. Und deswegen nicht so genau gewusst. Ich meine, ich war mir natürlich ziemlich sicher, dass ich als Zweiter aus dem Wasser war, weil das sieht man in der Schwimmhalle natürlich sehr gut und dass nur der Norweger vor mir ist. Und den kannte ich ja. Also ich wusste ja, wer das ist. Und den habe ich dann nach anderthalb Kilometern in etwa überholt. Der hat dann sogar Platz gemacht, hat mir die Innenbahn freigegeben und hat gesagt, alles Gute, weil ich habe noch befürchtet, der rennt mir vielleicht hinterher und ich mag das nicht, wenn ich ständig einen im Nacken habe. Hat er aber gar nicht versucht. So eine Annika-Mensch. Ja, so eine Annika, so ein Bullterner mit Wadenbeißer. Genau. Aber der Tempounterschied war, also meine Schätzung ist, ich bin 4,30 gelaufen, er ist 4,50 gelaufen. Grob geschätzt auf einen Kilometer. Und der Tempounterschied war dann so hoch, dass er es gar nicht versucht hat. Es war ihm eigentlich auch klar, dass es keinen Sinn hat. Er kam dann auch einiges später dann erst an. Und dann habe ich natürlich noch andere Männer gesehen. Und dann war ich mir, so ganz sicher war ich mir nie. Das waren ja lauter alte Säcke, die da rumrannten. Dann habe ich halt versucht, jeden alten Sack zu überholen, den ich gesehen habe. Und den einen, den ich überholt habe, der fing dann ein Gespräch an. Ich so, was willst du denn? Ja, welche Altersklasse bist denn du? Ich so, 50 plus. Ja, ich auch. Da muss ich ja jetzt an dir dranbleiben. Ich glaube, wir sind in zwei verschiedenen Heats. Ah, okay. Zum Glück, zum Glück. Hat er dann aber nicht. Hat er aber nicht. Weil er war ja in seiner zweiten Runde. Ich war in meiner ersten Runde. Er hat dann quasi mein Tempo sozusagen als Endspurt für seine zweite Runde genommen, was für ihn ganz gut war. Ich habe ihn dann ins Ziel sozusagen mit reingezogen. Ja, und dann rannte ich so einsam vor mich hin. Und dann hat mich irgendwann dann einer von den jüngeren Männern, der in seiner ersten Runde war, in der zweiten Runde war, hat mich dann einer überholt irgendwann mal. Da war ich mir aber ziemlich sicher, dass das keiner von meinem Heat ist. Den habe ich dann auch ziehen lassen. Der war relativ schnell. Und das hat sich dann auch nicht mehr so rentiert. Aber ich habe jetzt auch nicht nachgelassen. Ich denke, ich bin ziemlich gleichmäßig durchgelaufen bis zum Ende. Und dann, ja, am Ende, wie ich dann von dir per WhatsApp erfahren habe. Ich habe nämlich nicht aufs Leaderboard geschaut. Und es wurde ja auch ewig nicht aktualisiert. Ich wusste nichts. Habe ich das dann wohl gewonnen. Und dann sogar mit zwei Minuten zehn Abstand, also etwas zu viel aufs Tempo gedrückt, wenn man dann, also wenn man... Hättest du spazieren gehen können. Hättest du pimmeln können. Wenn man die Effizienz sieht, hätte ich die letzten Kilometer spazieren gehen können, sozusagen. Aber man weiß es ja nicht. Aber wie gesagt, es war sehr unübersichtlich. Zur Sicherheit bin ich halt dann einfach meinen Tempo durchgelaufen. Ja, du weißt ja auch nicht, was macht der andere Heat. Das ist ja immer so das Ding. Genau. Wenn du selber, wenn du in deinem Heat vorne bist, es gibt ja noch andere Heats. Die hätten, die sieht man ja nicht, ne? Genau. Ganz schwierig, ja. Vor allem, wenn man als erster Heat ist und hinter einem kommt noch ein Heat, dann muss man ja vorgeben auch irgendwo, ne? Ja. Okay, cool. Und dann bist du, hast du das Ding gewonnen, ja, mit 33,55. Und das war schon mal richtig geil, muss ich sagen. Damit bist du, bist du damit in die Top Ten gerutscht? Ja, genau. Gell? Ja. Ich glaube, ich war dann genau auf dem zehnten Platz und kam deswegen dann auch in den zweiten Heat am nächsten Tag. Ah, ja. Okay, die haben es in zwei Heats unterteilt. Genau. Haben sie dann den ersten Heat, weil es 15 sind, haben sie dann den ersten Heat mit fünf Leuten gemacht und den zweiten mit zehn? Ich glaube, teilweise haben sie dann die Altersklassen gemischt, weil die ja nicht so dick besetzt waren. Und es kann sein, dass der erste Heat zusammen mit den 55-Plus-Männern dann beispielsweise gemacht hat. Das war dann auch, das wusste ich nicht genau. Ich habe nur gesehen, ein paar von den Leuten, die ich kenne, gehen schon vorher rein mit anderen zusammen, die nicht zu unserer Altersklasse gehört. Ah, stimmt, weil bei den 55-Plus waren es ja auch nur fünf Leute oder so, ne? Ja. Und dann hat es ja gepasst mit den fünf Leuten aus eurem Heat. Ah, ja, jetzt verstehe ich das. Genau. Okay, cool. Dann, das war der erste Tag, oder? Das war Tag eins, Mix und Endurance, Platz zehn. Ist da richtig geil. Was habt ihr abends gegessen? Details, Klaus, Details. Wir hatten Halbpension gebucht. Wie war euer Hotel? Naja, das haben wir nie erfahren, weil das Hotel, in dem wir die Halbpension gebucht haben, aus dem sind wir rausgeflogen, weil Ägyptens Präsident Hof gehalten hat, kurzfristig anberaumt. Wir haben wenige Tage, ich glaube am 3. Dezember haben wir ein Mail bekommen, ihr seid jetzt in einem anderen Hotel, nationenweise umgebucht. Norwegen, Deutschland, Australien, ein paar Nationen sind dann ins andere Hotel umgebucht worden. Achso, ich dachte, der Präsident wollte euer Suite haben. Also der hat sich das ganze Hotel geschnappt sozusagen. Ne, ist halbe Hotel, sagen wir mal. Weil die Amerikaner, also die US-Amerikaner beispielsweise und die von der Organisation, die sind in dem ursprünglichen Hotel geblieben. Ein paar andere Nationen auch noch, mir fallen nur gerade, die Schweden waren in dem anderen Hotel auch noch. Genau, also ein paar sind geblieben und ein paar mussten halt weichen, weil der Präsident natürlich nicht alleine anreist mit seinem Bodyguard, mit seinem Hofstaat, mit wem er auch immer da dann, was auch immer getan hat. Er wird ja irgendeine Konferenz oder irgendwas in der Art abgehalten haben. Ich weiß es nicht, ist mir jetzt eigentlich auch egal. Wir sind halt da rausgeflogen und waren dann in einem etwas weniger günstig gelegenen Hotel, also günstig gelegen örtlich, als auch, dass die zum Beispiel nichts von Halbpension wussten. Also es war alles nicht so organisiert, wie es ursprünglich geplant war. Das war dann ziemlich schwierig mit dem Essen. Das ist dann natürlich auch doof, weil wenn man auf Wettkämpfen ist, dann will man ja eigentlich möglichst wenig Aufwand haben. Man möchte sich auf den Wettkampf konzentrieren und ja, ist dann auch immer geil, wenn man Leute dabei hat, die dann ein bisschen ein paar Sachen übernehmen. Und in eurem Fall war das dann der Lazar, der mit dabei war, der so die Betreuung übernommen hat. In meinem Fall geht immer Albine mit und da bin ich immer so dankbar dafür, wenn sie dann halt so ein paar Sachen macht und sich dann irgendwie ums Essen kümmert oder um andere Sachen. Das ist einfach, das nimmt einem so viel ab. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist so wichtig. Und ich kann mir nur vorstellen, wie doof das gewesen sein muss, dass du dann halt dann dich noch um Essen selber kümmern musst, richtig. Und dass du dann, dass jeder das gespratelt hat. Ja. Also gut, wir waren ja eine Gruppe. Wir hatten ja zum Beispiel, der Matthias hatte seine Verlobte dabei. Der Christian hatte noch jemanden dabei. Also es hatten schon mehrere Leute, welche beiden. Wir haben es natürlich auch gemeinsam dann irgendwie das mit der Halbpension versucht zu regeln und so weiter. Hat ja nicht jeder immer selbst alles machen müssen. Aber es lief halt einfach nicht gut und es dauerte alles immer Stunden und musste alles diskutiert werden. Das heißt, du konntest dich halt wirklich nicht viel auf den Wettkampf konzentrieren, weil immer mit, ich muss mir was zu essen beschaffen, ich muss schlafen, ich muss irgendwie den Bus erwischen, dass ich auf das Sportgelände komme. Also der Tag war angefüllt. Du hast quasi 26 Stunden am Tag gebraucht, um alles hinzukriegen. Und das Schlafen war dann halt das Letzte, was zu kurz kam. Und ich habe dann auch wirklich drei Tage viel zu wenig geschlafen. Und mir ging es auch entsprechend dann nicht gut am Sonntag. Also mir ging es dann wirklich schlecht. Ja. Okay. Dann ging es am Samstag weiter mit Test Nummer drei. Das war der Krafttest. Bin ich richtig? Ja. Okay. Alles klar. Krafttest war folgendes. Da habe ich ja ein bisschen. Aber hier ist es jetzt korrigiert. Also wenn man das ursprünglich sieht, dann, die hatten ursprünglich andere Gewichte geplant für den Krafttest, aber haben sich dann, und wir haben noch gedacht so, okay, die Gewichte sind auch extra. Das ging los bei eigentlich, was, wobei, was ist die Übung? Mit einer Clean Ladder. Ja. Clean Ladder, ein Komplex kann man quasi sagen. Also ein Clean, also entweder Power Clean oder Squat Clean. Dann eine Front Squat hinterher. Dann ein Shoulder to Overhead. Also Push Press, Push Jerk, Split Jerk, irgendwas in die Richtung. Und dann ging es in der Leiter nach oben. Man hatte immer 30 Sekunden Zeit, um den Komplex zu machen. Und es hat mit, ursprünglich fing es mit 70 Kilo an und ging bis 165 Kilo. Muss man sich mal überlegen. Also das hat, ja, naja. 165 Kilo war jetzt auch bei den Dubai CrossFit Championships in der Elite das Maxgewicht, was bewegt wurde. Nee, 167,5 muss korrigieren. Aber das war dann ein einzelner Lift. Aber da hast du keine Leiter nach oben, die alle 30 Sekunden geht. Also das ist schon so, wo ich mir gedacht habe, und das sind keine Masters. Also da habe ich mir schon gedacht, so, okay, 165, echt. Aber naja, haben sie dann ja gemerkt und haben es korrigiert. Und jetzt ging es dann bei 50 los und ging bis 150. Also das wäre dann was gewesen, was dann irgendwo auch machbar ist, gerade für die Jüngeren irgendwo dann vielleicht hinzukommen. Und du hattest am Anfang noch gedacht gehabt, so, ja gut, 70 Kilo. Nehme ich einfach mal die erste Stange mit. Und hör dann auf. Und hör dann auf. Das war der Plan. Ja. Und wann? Also ich habe mich fast geärgert, dass es dann bei 50 loskommt. Also es war natürlich völlig schwachsinnig. Ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. 70 bis 165 war totaler Blödsinn. Ich glaube, bei den jungen Männern kamen 1, 2 dann tatsächlich bis 150. Aber da hast du dann gesehen, das war dann, glaube ich, auch die Grenze. Ich glaube nicht, dass die 165 geschafft hätten. Also völliger Blödsinn, diese Gewichte so zu staffeln. Überhaupt frage ich mich, wer sich vorher so manches überlegt hat. Aber gut, sei es drum. Dann, ich blieb halt bei meinem Plan, die 70 zu machen. Also die 50 und die 60 musste ich dann natürlich vorher machen. Ich habe die 70 gemacht. Da war ich mir ziemlich sicher, dass ich die hinkriege. Also erstens geht der 70 noch wunderbar im Power Clean. Also da musste ich fast auch überhaupt nicht runter sinken, was ganz gut ist, weil danach der Front Squad, ich bin nicht so stark im Front Squad, ist dann für mich schon auch schwer. Wenn ich den hätte zweimal squatten müssen, wäre schon wieder blöd gewesen. Und über Kopf gehen dann 70 Kilo auch relativ leicht. Und bei den 80 habe ich gedacht, das schaffe ich wahrscheinlich eh nicht noch dazu mit dem zusätzlichen Front Squad. Da habe ich gedacht, die Energie spare ich mir lieber und habe den gar keinen Versuch gemacht. Ja, also du hast gar nicht mal versucht, obwohl es wäre dann ein, was wäre das für ein PR gewesen in Anführungszeichen? Also wäre es schon direkt ein Clean PR gewesen für dich, die 80? Nee, aber ein Jerk PR von 6,5 Kilo. Okay, alles klar. Also das wolltest du einfach auch nicht riskieren und macht ja auch Sinn, ist ja auch eine kluge Entscheidung gewesen. Und genau, und dann war es so, dass in deiner Altersklasse dann, du hast ja ja auch schon, hast du vorher gesagt, aber du rechnest damit, dass du in den hinteren Plätzen landest. Und wie ist es dann ausgegangen? Also ich habe mit dem letzten Platz sogar ganz konkret gerechnet, deswegen wollte ich mich auch nicht verausgaben. So. Was ich dann erstaunlich fand, es war tatsächlich noch ein weiterer dabei, der nur 70 Kilo gemacht hat. Und es waren drei, die nur in Anführungszeichen 80 Kilo gemacht haben. Das heißt, es wäre zumindest theoretisch, wenn ich die 80 irgendwie über Kopf noch gewirkt hätte, wäre es theoretisch denkbar gewesen, dass ich sogar auf den fünftletzten Platz komme. Also sagen wir mal, für einen nächsten Wettbewerb, wenn ich darauf trainieren würde, würde ich mir den fünftletzten Platz, sagen wir mal, zutrauen. Das wäre jetzt auch was, was ich dann angehen würde. Aber in dem Fall, ich habe halt wirklich gedacht, ich bin so abgeschlagen bei diesem Krafttest, das hat so wenig Sinn, dass ich einfach mir den letzten Platz einfach von vornherein damit rechne und mich nicht verausgabe. Vor allem meine Knie nicht riskieren will, weil die dann bei dem nächsten Test sehr gebraucht worden sind. Und manchmal mache ich mir bei einem schweren Klin, manchmal zwickt es so ein bisschen im Knie. Ich wollte einfach nichts riskieren. Und was ich dann gesehen hatte, das stand aber glaube ich nicht in der Beschreibung drin, da gab es einen Tiebreak mit Deadlifts. Ist das richtig? Das war eins von den Dingen, wo ich eben noch gesagt habe, wer sich das vorher ausgedacht hat. Sie haben uns beim Briefing erklärt, dass der Tiebreak über die Zeit geht. Und zwar wie schnell du das Gewicht dann im Endeffekt über Kopf hattest. Also wie schnell du den Komplex beendet hast. Das heißt, sie hätten immer mit der Stoppuhr, alles, jeden einzelnen Lift mitstoppen müssen, weil es kann ja sein, dass es dein letzter ist. Ja, wie wollen sie denn das machen? Organisatorisch, ja. Irgendwann haben sie es auch gemerkt. Und dann stand ich quasi schon im, also so vor dem Einlauf, dann sagt der Schwede vor mir zu mir, ah der Tiebreak ist jetzt übrigens mit Deadlifts. Ich so, wie? Ja, wenn du einen Fail hast, dann musst du danach, musst du zum nächsten Gewicht laufen und musst so viele Deadlifts wie möglich in der verbleibenden Zeit machen. Wie soll das funktionieren? Beim nächsten Gewicht ist doch einer. Es war dann im Endeffekt so, das haben sie uns aber nicht erklärt, das habe ich wie gesagt so halb von dem Schweden erfahren, der es mir auch noch falsch weitergegeben hat. Auf dem Floor hast du das? Auf dem Floor sozusagen, also eine Minute bevor ich eingelaufen bin. Es war dann im Endeffekt so, dass man im nächsten Intervall zu dem nächsten Gewicht gelaufen ist und hat dann halt Max Deadlifts in diesen 30 Sekunden, die man für den Lift hatte, also 30 Sekunden für den Lift, 10 Sekunden Transition, hatte man Zeit in den 30 Sekunden, was man an Deadlifts geschafft hat. Ich habe dann die 90 Kilo 15 Mal gedeadliftet, habe mir nicht besonders viel Mühe gegeben, weil ich wie gesagt sowieso mit dem letzten Platz gerechnet habe, habe ich halt ein paar Deadlifts gemacht. Der vor mir hatte dann 17 Deadlifts. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich halt 18 gemacht, aber wusste ich halt nicht. Das war auch mal früher beim Berlin Throwdown so der Fall, dass es, wenn du das Gewicht nicht schaffst, dann musstest du sofort in Burpees übergehen. Burpees over the bar, weiß ich noch, bei Cara war das so. Und dann war es immer so, dass er den Lift gemacht hatte dann am Ende, das weiß ich noch, und dann hat er sich geärgert, dass er nicht geschafft hat und dann hat er ein paar Sekunden später erst realisiert, ich muss noch Burpees machen und hat dann Burpees. Das hast du ja nicht so richtig im Kopf irgendwie und du fokussierst dich auf den Lift. Aber die haben den Tiebreaker Deadlifts gewählt, okay, alles klar. Ja gut, also ich meine, auch war wieder zu erwarten halt eben Kraft natürlich etwas, wo du wusstest, okay, ist eher was, was dir natürlich, wo du noch ein bisschen hinterher hingst, wo du sagen kannst, okay, das ist eine Schwäche oder eben was, wo du halt ja, wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten landest, so war es dann auch. Also 14, 1, 15. Schöner Kontrast auf jeden Fall. Besser als 10, 10, 10, ehrlich gesagt. Also die 1 hat sich wirklich gut angefühlt, die wollte ich auch. Also wie gesagt, Endurance. Wäre geil gewesen, wenn sie auch irgendwie was, so Preisgeld für Eventwin gegeben hätten. Ja, also in Stockholm soll es ja irgendwas von einem Würfel hat er an Laza erzählt, keine Ahnung, irgendeinen kleinen Preis für ein Event gegeben haben. Ah, okay. Und du hast nichts bekommen? Ich habe nichts bekommen, ja. Schade. Neue Socken. Ja, Socken habe ich vom Verband bekommen. Okay, so, alles gut. Also das hier auch, da steht auch schön, wenn wir mal zeigen, Germany hinten drauf. Alter Latze, ja. Sau geil. Hat sie schon rentiert, allein für die Klamotten. Mega. Wir haben vorhin auch gesagt gehabt, du hast gerade noch Klaas mitgemacht gehabt, wir haben vorhin auch gesagt gehabt, du hast so viele T-Shirts, du könntest eigentlich eins signieren an einem sexy Bereich. Ja, also wenn du eins haben willst, melde dich bei mir. Macht er bestimmt. Okay, dann ging es weiter mit dem Bodyweight Test am gleichen Tag dann, also auch wieder ein paar Stunden später dann oder war das? Für mich nicht, für mich war die Reihenfolge verdreht, aber wir können auch gerne erst über den Bodyweight reden, mir ist das egal. Ah, okay. Dann gehen wir zu dem, was als erstes kam, ja. Das war dann... Das Skill. Skill. Das für die Knie. Ah, das für die Knie. Ja. Hier, Skill. Skill war dann, Skill Test, zwei Minuten Arbeit, eine Minute Pause, immer drei Rope Climbs, viereinhalb Meter, zehn Pistols, das, was du gerade gesagt hattest. Und dann Max Wraps, Overhead Squats in der restlichen verbleibenden Zeit. Gewichte 45 Kilo, ist korrekt, ja. Und, was ist schon, ja, 45 Kilo. Und dann vier Runden. Und dann zählt im Prinzip die Gesamtzahl an Overhead Squats, beziehungsweise ich glaube, du konntest fertig sein, wenn du 75 Overhead Squats gemacht hast, steht hier. Aber, ja, erzähl mal. Also das Lustige war, dass ich mir vorher überlegt habe, wenn ich so ein Bunsch Workout hätte, also jenseits von Endurance. Endurance fand ich super, dass da keine Konzept-2-Geräte oder so standen. Also standen im Warm-Up-Bereich natürlich. Aber dass es wirklich Laufen und wirklich Schwimmen war, also echtes. Das war natürlich super, aber mein Bunsch Workout, was ich mir vorher überlegt hatte, wäre irgendeine Kombination von Rope Climbs, weil die kann ich ziemlich gut, und Overhead Squats, weil da bin ich jetzt verhältnismäßig gut. Also von der absoluten Kraft her nicht, von den Squats her nicht. Aber wenn schon Squats, dann Overhead Squats, weil ich die verhältnismäßig besser kann als jeden anderen Squat. Ja, die Überkopfposition ist recht gut. Das ist auch was zum Beispiel, was man bei vielen Masters halt hat, dass die Beweglichkeit obenrum ein bisschen weniger wird. Das ist halt einfach, das sieht man sehr, sehr häufig auf so Masters-Competitions auch. Und da hast du im Verhältnis, muss man echt sagen, noch eine supergute Overhead-Beweglichkeit für die Overhead Squats zumindest, ja. Genau. Genau, und dann, ja, hast du das gemacht, ne? Ja, also, da hatte ich mir auch einen, der Plan, also die 45 Kilo sind schon schwer. 45 Kilo Overhead Squat ist einfach schwer und viel. Und mir war klar, ich bin bei den Rope Climbs schnell, die Pistols kriege ich gut hin. Und ich habe versucht, das in einer Minute zu machen, und dann habe ich noch eine Minute Zeit, und mehr als eine Minute kann ich gar nicht sinnvoll Overhead Squats machen, weil mir dann irgendwann überall die Kraft ausgeht, sowohl das ganze Overhead zu halten, ich wollte es auch nicht abwerfen und nochmal aufnehmen, so aus Effizienzgründen, und irgendwann können die Beine auch nicht mehr. Das heißt, selbst wenn ich die ganzen zwei Minuten Zeit gehabt hätte für Overhead Squats, hätte ich gar nicht so viel mehr geschafft. Das heißt, ich habe, mein Plan war, die Rope Climbs relativ ruhig anzugehen, die fallen mir leicht, aber ich muss ja keine Hektik machen. Ich glaube, ich war da auch immer vorne, also die drei Rope Climbs, weil ich mache die ja ohne Pause, also direkt hintereinander, weil sie mir eben nicht so schwer fallen. Ich glaube, da war ich auch immer als erster fertig, aber ich habe nicht geguckt, was die anderen machen. Das war nur so rechts, links, was ich so mitgekriegt habe. Aber die Pistols habe ich relativ langsam gemacht. Ich wollte nicht riskieren, dass ich umfalle, weil Pistol ist ja so ein filigranes Ding. Ich habe die relativ kontrolliert gemacht. Die haben euch aber nicht auf Blöcke gestellt, oder? Nein. Das hatten sie bei der WM, bei der Senior-WM. Nein, das haben sie zum Glück nicht gemacht. Ja, mit den Blöcken ist ja dann der Nachteil, dass du es dann die ganze Zeit erst mal auf einem Bein machen musstest, weil du ja nicht immer gewechselt hast. Ja, stimmt, ja. Und Alternating ist natürlich schon besser, weil Pistol ist ja schon auch schwer. In den höheren Altersklassen wurde es natürlich auch immer, immer schwerer. Und manche Leute haben diesen, das war ja der Buy-in, haben diesen Buy-in gar nicht geschafft, dann in den höheren Altersklassen. Deswegen war dieses Workout für, ich sage mal, für ältere Leute eigentlich auch nicht wirklich geeignet, muss man sagen, so im Schnitt. Aber gut, für mich gut. Wir hatten schon gesagt, wir hatten auch gesagt gehabt in einem Gespräch vorher, dass man es vielleicht vom Gedanken her hätte anders machen sollen, dass man sagt, okay, man macht vielleicht ein Buy-in mit Overt-Squats oder irgendwas nicht richtig und hat dann einen technischen Skill, wie zum Beispiel Rope Climbs, den man dann als Max Raps ansieht. Sodass man dann halt vielleicht einfach wirklich diese Skill-Komponente testet, in Anführungszeichen. Ja, okay. Weiter im Fix, sorry. Ja, genau. Ja, das, genau, unter dem Label-Skill kann man natürlich auch darüber streiten. Ja, Max-Overhead-Squats unter dem Label-Skill ist ein bisschen schwierig, ja. Aber klar, Pistols und Rope Climbs ist ja schon, sag mal, skill-lastiger. Ja, das lief dann komplett nach Plan und ich denke, ich habe im Endeffekt also 60 Overhead-Squats geschafft und also damit quasi 15 pro Runde, was etwas mehr war, als ich jetzt gedacht, befürchtet hatte. Aber es war eine Quälerei. Also es war echt, echt schwer. Und das Gute war, dass ich konditionell, also von der Pumpe her, jetzt für die Rope Climbs und Pistols, das war okay, da konnte ich mich sozusagen in Anführungszeichen ausruhen und habe dann halt alles in diese Overhead-Squats reingegeben. Und damit habe ich dann im Endeffekt den dritten Platz gemacht. Nice. Eine bessere Leistung hätte ich nicht bringen können. Ich hätte nicht den zweiten und den ersten, weil die sind beide fertig geworden mit 75 Overhead-Squats. Das wäre für mich nicht drin gewesen, egal was ich gegeben hätte. Von daher bin ich mit dem Platz total zufrieden. Mehr war nicht drin und ich bin mit meiner Leistung total zufrieden. Also der Test war super eigentlich. Mega nice. Und dann auch wieder das Muster fortgeführt von 14 auf 1 auf 15 auf 3. Das war ja ein Rollercoaster der Gefühle. Auch für mich zu zuschauen. Ich habe ja dann immer geguckt, aktualisieren, 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 weil ich ja keinen Stream hatte. Ich habe ja nichts gesehen. Ich habe dann auch immer den Bundesverband-Stream verpasst. Da habe ich ja wohl gerade irgendwas Klaas gegeben oder gearbeitet oder was weiß ich. Und habe das dann halt auch immer verpasst und habe dann versucht, eine Platzierung rauszukriegen. Und die haben das auch teilweise super verzögert eingetragen, muss man sagen. Und ich bin dann da teilweise gehockt und habe dann aktualisieren, aktualisieren. Und dann sehe ich halt, okay, 14, 1, 15, 3. Oh mein Gott. Aber dann warst du immer noch irgendwo auf dem 10., glaube ich, dann damit irgendwo. Ja, ungefähr. Ich war immer ungefähr auf dem 10. Nach zwei Workouts war ich immer ungefähr auf dem 10. Erster Platz, letzter Platz, 10er Platz. Ja, gut. Ja, nice. Geil. Also war ein gutes Workout für dich, muss man sagen. War super. Danach kam dann der Bodyweight-Test. Ja, danach kam Bodyweight. Bodyweight war dann, also man muss sagen, kommt ja dann noch ein Test dann nach dem Bodyweight-Test. Aber ihr habt dann zwei Events am Tag 1 gehabt und vier Events am Tag 2. Schön, ich habe einen Haufen Holz. Bodyweight-Test haben wir. Acht Minuten Timecap. 21, 15, 9. Pull-Ups war Kipping. Ja, beliebig. Beliebig, ja. Pull-Ups, also Klimmzüge und Hands-Term-Push-Ups, auch Kipping. Beliebig, ja. Beliebig. Und dann direkt in 9, 15, 21, Toast-Tuber und Hand-Release-Push-Ups. Acht Minuten Timecap ist natürlich super straff, haben wir schon von Anfang an gesagt gehabt. Ziel hier war es, was war dein Ziel hier vorher? Hast du dir viel Gedanken gemacht gehabt? Ich wollte in die Toast-Tuber reinkommen, sagen wir es mal so. Aber das war dann wirklich der Tiefpunkt. Das war das fünfte Workout dann für mich. Und das war dann auch wieder der frühe Nachmittag, so ähnlich wie beim Laufen dann. Und da hatten wir dann schon die Müdigkeit, insgesamt zu wenig zu essen, zu viel Stress, zu wenig geschlafen. Und da hat es mich dann richtig eingeholt. Und ja, andererseits muss ich sagen, Hands-Term-Push-Ups ist dann halt auch wieder für Bodyweight auf der schweren Seite, sage ich jetzt mal. Wenn wir jetzt Burpees und Boxjump-Overs gemacht hätten, hätte ich das Ding vielleicht sogar gewonnen. Ja, also man muss dazu sagen, du bist, was Thema Bodyweight angeht, richtig gut. Ja, ja. Also du, wir hatten in der Landesmeisterschaft den Bodyweight-Test, hast du mich, ah nee, wir waren ziemlich nah dran aneinander, zumindest ja, glaube ich, Bodyweight-Test. Also, ja, oder entweder ich bin halt einfach auch kacke. Sorry. Nee, nee, das kann nicht der Gehauk sein. Aber ich muss gut sein. Nee, nee. Nee, du bist echt, also Bodyweight-Sachen bist du echt richtig gut, muss man dazu sagen. Nur halt eben, ja, Handstand-Push-Ups ist natürlich schon auf der schwierigeren Seite. Ja, auch, auch, weil es natürlich, dadurch, dass es beliebig war und nicht strict, nichts, was ich wirklich trainiert habe. Also jetzt Kipping, Handstand-Push-Ups musste ja dann machen, sonst brauchst du ja gar nicht anfangen. Also außer du bist natürlich super stark. Das heißt, ich habe das schon vorher, aber auch ein bisschen trainiert dann zu Hause. Ich sage mal, die letzten vier Wochen, weil ich geahnt habe, Handstand-Push-Ups war immer irgendwo mit dabei, bei den ganzen Verbandsmeisterschaften und so, war immer irgendwas dabei. Habe ich schon auch trainiert dann Kipping und habe das dann auch immer in Dreiern gemacht. Das war dann so mein Plan. Habe immer Fünfer geübt und habe dann im Endeffekt mich für Dreier entschieden, ähnlich wie bei den Snatches. Was dann auch gut war, da habe ich dann immer zwölf gemacht in Dreiern, danach 14, 16, 18, 19, 20, 21. So habe ich es immer trainiert, um die ersten 21 hinzukriegen. So habe ich es dann auch ungefähr gemacht. Und ja, vorher waren dann halt noch die Pull-Ups. Ich habe auch vorher noch Butterfly geübt, um da ein bisschen effizienter zu sein. Das hat dann aber, ich hatte keine Energie mehr, es hat einfach nicht funktioniert. Dann habe ich halt Kipping gemacht, mir die Dinger irgendwie zusammengewürgt. Die sind ja nicht so schwer, die Pull-Ups, geht ja dann auch irgendwann rum, dass ich halt viel Zeit habe für die Handstand-Push-Ups und die waren dann halt einfach schwer. Ich habe dann insgesamt minus fünf Handstand-Push-Ups gehabt sozusagen. Also 45 Pull-Ups, 40 Handstand-Push-Ups und dann waren die acht Minuten halt rum. Was, wenn man vier Wochen vorher geguckt hat, für mich eine super Leistung gewesen wäre, wenn ich jetzt die Kipping nicht trainiert hätte, habe ich gedacht, okay, wow, ja, super Ergebnis. Dadurch, dass ich es ein bisschen trainiert habe, bin ich ein bisschen weiter gekommen, als ich vier Wochen vorher noch gekommen wäre. Aber es war natürlich jetzt keine stabile Technik. Kleiner Vorteil war jetzt, dass sie nicht auf den Standard geachtet, also dass sie den Standard nicht per Definition eingehalten haben, die 91 Zentimeter, sondern du konntest quasi so breit greifen, wie du wolltest. Ah, okay, du hast dann auch recht breit greifen können. Also hast du dann auch gemacht. Einen guten Meter habe ich ungefähr gegriffen, schätzungsweise, also so erfahrungswert. Mach den Bewegungsradius einfach kleiner. Ja, klar, genau. Das ging dann auch besser. Ich glaube, mit den 91 Zentimetern hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter abgeschnitten. Okay, cool. Und dann wäre natürlich jetzt für dich auch besser gewesen in dem Workout, wenn das umgedreht gewesen wäre. Klar. Und dann erst Toast-Tuber und Hand-Brillies-Pushers wahrscheinlich. Und danach dann die... Naja, aber hätte, hätte, Fahrrad-Kette. So ist es. Dann war das der zehnte Platz. Erstaunlicherweise, ja. Das hätte ich nicht gedacht. Wie geht das zehnt? Zehnter Platz steht hier. Boah, ich habe mich so mies gefühlt und ich dachte, alle anderen sind schneller als ich. Ja, aber dann... Ja, war doch gar nicht so schlecht, ja. Ja, gar nicht so schlecht, ja. Ja, und genau. Und dann war noch das letzte Workout an dem Tag. Da war dann halt wirklich nur noch... Also, man muss dazu sagen, das machen sie natürlich gern auch auf Bundesebene und auf internationaler Ebene. Ich weiß nicht, kann mir ja jemand mal schreiben, ob das so der Standard ist, dass die immer die gleiche Reihenfolge haben, dass Power immer ganz zum Schluss kommt. Ja. Ja, aber ist natürlich auch cool, damit zu enden, in Anführungszeichen, weil es halt nur noch meistens ein knackiges Workout ist, das dich komplett zerstört. Nachdem willst du echt nichts mehr machen. Also, ich erinnere mich nur an die Deutsche Meisterschaft. Der Power-Test mit 30 Thruster into 500 Meter Row for time, das war also... Das war schrecklich. Das war echt schrecklich, wenn ich den Scheiß überlegt hatte. Ähm, ja. Ich glaube, der Lassa hat sich den Scheiß überlegt. Lassa? Du? Echt? Ja, ich glaube schon. Alter. Ja, es war auf jeden Fall... Danach willst du echt nichts mehr machen. Nee. Und euer Test hat sich ja auch schon ähnlich gelesen, dass du danach auch echt nichts mehr machen willst. Nee. Äh, for time. Vier Minuten Time Cap. 21 Thruster. Also, die Thruster im Power-Test sind natürlich ein beliebtes Movement, muss man sagen. Danach 15 Meter Front-Rack-Walking-Lunge in zweimal siebeneinhalb Meter Abschnitten. Bin ich richtig? Ja, es waren im Endeffekt zweimal acht Meter, aber ja, es waren dann 16 Meter. Okay. Und dann neun Shoulder-to-Overhead hinterher. Ja, Gewichte 50 Kilo. Mhm. Also ungefähr so eine Vanessa. Ungefähr so eine Vanessa. Das war das Gewicht bei uns übrigens im Power-Test mit dem Thruster. Ich weiß. Ja, die ist 30. Und also 50 Kilo ist natürlich schon Wahnsinn. Die 30 bis 49 hatten 60 Kilo, sehe ich gerade. Heftig. Also als Männer. Die Damen hatten 45, 30 bis 49. Das auch schon habe ich. Hey, leck mich am Himmel. Und 50 plus hatte 35 Kilo. Also es ist ein reudiger Test, definitiv. Und ja, da hatten sie ja dann, glaube ich, auch vorher noch so, wird jemand unbroken gehen. 21 in die Front-Rack-Lunge-Into-Shoulder-to-Overhead. Ich glaube, das hat dann auch niemand gemacht. Ich glaube, nicht mal die jungen Männer sind an. Also ich glaube, keiner von denen. Also bei Matthias habe ich zufällig beobachtet. Ich glaube, es war auch sein Plan. Jetzt beispielsweise Matthias 30 plus hat, glaube ich, 15 gemacht. Und dann 6, um dann direkt in die Lunges zu gehen. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Und ich weiß nicht, Pitt hat vielleicht 11, 10 gemacht. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Aber ich glaube wirklich unbroken, das hat sich keiner gegeben. Oder wenn, dann sind sie bei den Lunges dann gestorben. Ja, und du musstest ja dann bei den Lunges umdrehen. Also das hättest du ja dann mit der Stange auf der Schulter machen müssen. Ja, ja, ja. Das wäre ja blöd gewesen, das zu tun. Blöd. Hat auch keiner gemacht. Naja, aber ja, war dann, wie ist es für dich gelaufen dann? Erwartungsgemäß. Genau Erwartungsgemäß. Also mein Shoulder Press, Strict Press, 1RM ist ja so weit von 50 Kilo nicht entfernt. Also an einem schlechten Tag schaffe ich auch nur 50 Kilo Shoulder Press. An einem guten Tag schaffe ich mal 55 Kilo. Und ein Thruster, so der buppt dich, kommt dann mit 50 Kilo Front Squat auch nicht mehr aus den Beinen, dass das so hoch fliegt, das Gewicht, dass ich es dann ziehen muss, damit es nicht in den Himmel abhaut. So ist es nicht gewesen. Entsprechend habe ich mir überlegt, wie schaffe ich diese 21 Thrusters. Und das habe ich dann tatsächlich vorher getestet, blöderweise mit 45 Kilo, weil ich dachte, wir haben 45 Kilo. Dann habe ich nochmal nachgelesen. Mist, ich habe 50 Kilo. Leck mich am Arsch. Dann habe ich es mit 50 Kilo getestet und habe es dann in... Warte mal ganz kurz. Ja, also 50 Kilo, wie gesagt, viel und habe dann im Endeffekt das trainiert in Dreiern auch wieder. Also irgendwie hat sich Dreier für mich so als Muster rauskristallisiert für alle möglichen schweren Bewegungen, dass das funktioniert hat. Allzu oft will man das Gewicht nicht hinschmeißen. Beim Thruster ist natürlich der Vorteil, dass man im Zweifelsfall sogar Singles machen kann, weil man ja direkt in den Squat-Lean gehen kann. Fällt mir jetzt auch nicht so schwer. Habe ich auch versucht zu machen, ist vielleicht technisch nicht ganz so brillant gelungen, weiß ich nicht. Aber die Dreier natürlich immer direkt mit einem Squat-Lean angefangen und dann auch durchgemacht und dann halt immer so lange Pause, bis ich wieder einigermaßen zu Atem kam und dann wieder immer drei rausgeschert. Und ich wusste, damit komme ich ungefähr bei drei Minuten raus, ganz grob. Und dann habe ich noch eine Minute Zeit. Dann kannst du zumindest ein paar Meter Front-Walk-Walking-Landes machen und so war es dann, glaube ich auch. Hast du ja dann eine Bahn gemacht und dann wolltest du ja schon aufhören. Hast du erzählt gehabt? Ja, genau. Also ich habe dann die acht Meter, klar, da schmeißt man natürlich zwischendurch nicht mehr hin. Walking-Landes fällt mir jetzt auch nicht so schwer. Das ging dann schon. Ich war zwar völlig am Ende, aber die gingen dann, bin dann hin und man schmeißt dann am Ende sowieso ab, weil man sich ja, wie du ja schon gesagt hast, rumdrehen musste. Und es hat dann im Endeffekt, ein paar haben sich das überlegt, das hat dann aber keiner gemacht, das auf der Schulter zu machen. Es wäre gegangen, wäre erlaubt gewesen. Nachher fliegen dir die Gewichte noch rechts und links weg, oder so irgendwas, totaler Käse. Alle haben abgeworfen und haben es dann wieder aufgenommen. Ich hatte halt keine Lust mehr, es aufzunehmen. Direkt über mir, also das war ja so ein Tennis-Center-Court, wo wirklich die Zuschauerränge quasi über einem thronten. Und direkt über mir waren die ganzen Deutschen und haben mich angeschrien, dass ich die blöde Hantel wieder hochnehmen soll. Mein Judge fing dann an. Jetzt mach doch noch so ein Segment, mach doch noch, eins schaffst du noch. Ich so, hallo, für meinen Judge. Weil es ihr seid. Ja, genau. Dann hab ich halt das Ding nochmal hochgenommen, hab nochmal vier Meter gemacht und es hat von der Zeit her nicht gereicht. Die vier Meter waren fertig, dann hieß es 3, 2, 1. Und dann hab ich halt abgeworfen. Aber dieses eine Segment hat mir dann tatsächlich auch noch einen Platz beschert, sozusagen. Ja, war ja dann auch gut. Und ich hätte gerne noch, also ich hätte tatsächlich gerne die 16 Meter geschafft und noch einen Shoulder-to-Overhead. Das war so mein heimliches Ziel, das hab ich aber nicht erreicht. Okay. Der, ja stimmt, der hinter dir hat nur ein Segment gemacht und der vor dir hat aber noch, der hat noch einen Shoulder-to-Overhead, oder? Vier Shoulder-to-Overhead. Ah, sogar noch vier, ja. Vier Shoulder-to-Overhead, also selbst der eine Shoulder-to-Overhead, wäre dann nur ein persönliches Ziel gewesen. Ja, war nicht näher weg. Es geht ja zunächst mal um die persönliche Leistung. Ja. Ich denke, bei keinem Workout hab ich so vollständig versagt. Meine Pläne gingen alle auf, es hat alles so funktioniert. Ich hab manches dann nicht erreicht, wie bei dem Bodyweight. Ich hab halt keinen einzigen Toast-to-Bar mehr machen dürfen können. Und ich hab hier keinen Shoulder-to-Overhead machen können. Aber so insgesamt war es erwartungsgemäß, bis auch Erwartungen übertroffen. Also zum Beispiel die Overhead-Squats, die 60, das war wirklich ein super Ergebnis, hätte ich jetzt nicht gedacht. Schwimmen und Laufen war erwartungsgemäß von der Gesamtzeit her. Ich hab mir vorher überlegt, 33 Minuten plus Umziehzeit. Und das hat dann ziemlich genau hingehauen. Und wie man dann landet, ja gut, Laufen ist ja wie gesagt, ungefähr so ein Gefühl für die Zeit hab ich dann schon. Und wie man dann halt landet, wie gut die anderen sind, das weißt du halt gar nicht. Du kennst die ganzen Leute nicht, die sind ja jetzt nicht international bekannte Größen. Hast halt keine Ahnung, wo du dann damit landest. Aber die Pläne gingen auf, von daher, ich bin zufrieden. Und am Ende hast du dich dann auf deinen Lieblingsplatz gesetzt, von Workout 2 an auf Platz 10. Bist du 10. geworden, ne? Genau, mit dem Igor zusammen. Hast du hier geteilt mit dem Igor Kurakin. Ja, und das war wirklich lustig, weil der Igor und ich, wir waren so gegenteilig. Und irgendwie ist das ja auch das, was den Sport ausmacht. Man hat seine Stärken und seine Schwächen und irgendwo gleicht sich aus. Der Igor ist ein richtig kräftiger Kerl. Der hat auch den Strength-Test gewonnen mit 120 Kilo. Und bei Endurance hat er irgendwie 56 Minuten gebraucht. Also ich habe es so formuliert, so ganz grob, halb so schnell und doppelt so stark wie ich. Das ist witzig, der hat immer die gegenteilige Platzierung zu mir gemacht. Also gleich im Ersten war der ja relativ gleich, 14, 13. Dann hat er, du hast den Ersten gemacht, er hat den 14. gemacht im Endurance. Dann hast du den 15. gemacht, er hat den Ersten gemacht, also gerade geswitcht. Dann war der wieder recht gleich in dem Bodyweight. Er war 9, du warst 10 und dann war der wieder 3, 13, 4, 7, also genau umgedreht eigentlich. Bis auf die Bodyweight und Mix, da war der relativ gleich. Naja gut, sehr geil. Was ziehst du jetzt da raus aus dem Ganzen? Also wenn du überhaupt was rausziehst, also jetzt auch für die kommenden Wochen, Monate, für dich selber, für dein Training, nimmst du es als alleinige Erfahrung? Sagst du, okay, hey, cool, dass ich das einfach mal gemacht habe. Das ist aber jetzt auch in Ordnung so. Oder sagst du, hey, nee, das hat mich jetzt übel heiß gemacht für die nächsten Wochen und ich will auf jeden Fall eine neue Saison starten und will da auf jeden Fall richtig gut abschneiden und will mich verbessern, will es wieder zu den Masters World Championships schaffen. Und wie ist das so in deinem Kopf gerade? Also Hauptsache war es jetzt tatsächlich mal, da jetzt mal dabei gewesen zu sein, eine tolle Sache. Wenn das nochmal gelingen sollte, gerne, sage ich mal. Aber das konkrete Ziel, ja, ich werde bei der Landesmeisterschaft natürlich teilnehmen und werde gucken, was da raushauen kann. Wenn der Verband natürlich wächst, die Konkurrenz größer wird, wird es natürlich dann auch schwieriger. Wobei die Landesmeisterschaft-Tests sehen jetzt auch nicht so schlecht aus für mich. Also zumindest die meisten, sage ich mal. Schauen wir mal. Ich habe bei dem Endurance-Test, habe ich mich verlesen übrigens, der Endurance-Test in der Landesmeisterschaft ist schon raus und der war 5K-Row und alle drei Minuten sechs Burpees over the Rower. Genau. Und ich habe gelesen, Imon sechs Burpees. Und dann dachte ich mir, Absturz. Alter. Absturz. Das ist einer der schlimmsten Workouts, die ich, glaube ich, jemals gemacht habe. So 3K-Row und sieben Burpees over Rower war ziemlich böse. Jede Minute, ja. Böse. Bruder. Ja, böses Workout auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, 5K-Row mit sechs. Oh mein Gott. Aber es sind nur alle drei Minuten. Ja, also ich glaube, es ist ganz gut zu überleben, der 5K-Row. Ja, geht gut, glaube ich, ja. Es sind sogar für meinen Geschmack ein bisschen zu wenige Burpees. Also ich kann meinen Vorteil dann von den Burpees nicht so gut ausspielen, weil dann doch mehr Rudern ist als Burpees. Auch im Verhältnis zum letzten Mal, wo man ja zehn Burpees hatte auf die 2,30. Also auch auf die drei Minuten im Endeffekt, 30 Sekunden Pause war ja da. Genau. Ja, schauen wir mal. Also ansonsten muss ich sagen, jetzt im Wettbewerb war jetzt keine große Überraschung dabei. Also wie gesagt, die Workouts, nachdem sie dann mal bekannt waren, liefen alle ziemlich genau nach Plan. Also es war jetzt nicht so, dass ich besonders schlecht, besonders gut irgendwo, dass es überraschend war, dass ich da jetzt was anders machen müsste in meiner Planung oder so. Die passt einigermaßen. Was ich natürlich, wenn ich dann mich für einen weiteren Wettbewerb qualifizieren würde oder wollte, die Sachen, die ich jetzt auch schon erwähnt habe, also bei den Handstand-Push-Ups kann ich wesentlich besser werden. Also durch Technik, nicht so sehr durch Kraft. Aber auch durch Kraft natürlich. Bei dem Strength würde ich das nächste Mal tatsächlich gucken, dass ich die 80 Kilo dann auch, also dass ich das drauf trainiere, weil 80 Kilo kriege ich auch über Kopf. Ich weiß, das kriege ich hin. Ich muss es nur trainieren und wollen. Einmal, das wären so die zwei Sachen und Pull-Ups, sag ich mal. Das wären so die drei Sachen, wo ich sage, das nochmal auf Wettkampf trainieren, das hätte mich jetzt wesentlich weitergebracht, wenn ich das vorher gemacht hätte, vorher gewusst hätte, länger hätte planen können. Das wären so drei Sachen gewesen, wo ich wesentlich besser hätte sein können. Durch etwas Training, ohne dass ich jetzt mordsmäßig Kraft und Muskeln aufbauen muss, würde ich vermuten, dass ich da einiges rausholen könnte. Also dieses Jahr wird ja, glaube ich, auch die Landesmeisterschaft schon in Altersklassen geehrt. Das war ja letztes Jahr nicht so. Und jetzt wird das schon aufgeteilt in Landesmeisterschaft. Regionalmeister werden auch aufgeteilt in Altersklassen. Und sogar bei der Deutschen sind jetzt die jüngeren Altersklassen, in Anführungszeichen, auch mit am Start separat. Also die 34 bis 39 und die 40 plus. Da weiß ich nur noch nicht, ob da auch quasi dann, wenn du besser als ein, wenn du als, keine Ahnung, ob sie da auch die 50 plus, sind die da auch mit drin? Aber jetzt 40 plus heißt, also sind die 50er drin? Theoretisch, wenn du besser bist als Leute, die 40 sind, mit 50 Jahren, kommst du dann da auch rein? Ich glaube ja, so hatte ich es verstanden. Aber ich habe mich damit jetzt noch nicht so beschäftigt. Also erst mal die Landesmeisterschaft einfach mal machen, die Workouts. Und dann kann man immer noch sehen, wie es dann nachher ausgewertet wird. Ich nehme an, sie werden es schon wieder auch im Endeffekt auswerten, so wie sie es diesmal ja dann schon im Nachhinein gemacht haben. Werden sie es ja wahrscheinlich tun. Genau, das heißt natürlich nicht, dass ich dann bei einer Deutschen Meisterschaft dabei wäre, wenn ich dann gegen die 40-Jährigen, das wird nicht passieren. Dazu sind die zu gut. Das nicht. Aber in der Endauswertung, wenn ich dann wieder der beste 50-Jährige wäre, ja, nehme ich an, sie würden das dann wieder so werten. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, cool. Saugeil. Dann danke ich dir für das Gespräch. Wir haben jetzt auch schon über eine Stunde geredet. Ich danke. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann ein großes Dankeschön auf jeden Fall. Ansonsten, ja, ist mir egal. Genau. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und gucken auf jeden Fall mal wieder rein, wie es nach der Landesmeisterschaft aussieht. Ja. Und, ja, ansonsten? Ja. Vielen Dank. Willst du noch was sagen? Ja, bis bald dann alle hoffentlich mal wieder. Wir sind jetzt erstmal wieder eine Weile weg, aber ich denke so Mitte, Ende Januar sind wir dann hier auch wieder am Start. Okay. Alles klar. Sehr geil. Cool. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.